Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hellblade 2 Senor Sacrifice. So, Platz ist leergeräumt, jetzt geht's weiter. Genau, ich habe die Chance zu sagen, dass ich mir gar aufs WC gegangen bin. Und jetzt kann ich wieder sorgenfrei aufnehmen. An Hunger habe ich zwar immer noch, aber da kümmere ich mich nachher darum. Ist zwar schon nach 12, Mitternacht, aber egal. So, also, wir haben das Tor geöffnet und gehen jetzt weiter Richtung Hellheim. Die Gäge ist öffnend. Die Gäge ist öffnend. Es kommt. Das Song wieder. Was ist es? Es ist Hella. Ja, die Sorte der Dunkelheit. Es kommt. Das ist dein Moment. Ich bin sorry. Was machst du? Du bist ein Schwerpunkt. Du bist ein Schwerpunkt. Du bist kein Wurziger. Du bist ein Schwerpunkt. Du bist ein Schwerpunkt. Es ist ein Schwerpunkt. Die Gäge werden dich für das verletzieren. Sie kommen zu mir. Sie kommen zu mir. Pick it up! Fight the darkness! Fight it! Get up! Get up! Get up and fight! Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. I love you. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. He's here. What were you thinking? Did you really think you could win? Our stupid Gemini. Everyone hates her. She's cursed. The Shadow hates you. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself. Because there is no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Okay. There. AHHHHH! Why go on? When you give everything and face that which torments you. Only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer? That we do not dare pose the question. Sometimes the answer lies in a memory. A feeling. A song. A song. Don't give up. It's not like this. It's not real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Sha? No. No. It's a drink. It's a drink. He's already dead. He can't be here. It's impossible. To live. Come to me. Please. The light. Go towards the light. It's him who he is. It can't be him. It's just a drink. It's in your mind. It's real. Go towards it. Verbrochen und verloren wie unser Schwert, das wir übrigens wirklich nicht mehr haben. Arme Senor. Aber da hinten ist der sprichwärtliche Lichtblick. Nur ist das wirklich Dillion? Oder ist das einfach wieder nur ein Trick? Eine Illusion? Senor hilft es auf jeden Fall weiterzumachen. Zum erstmal für den Moment. Alter und heller. Wie die hier aussieht. Unpassbar cool gemacht. Wenn man kurz hier die andere Hälfte vom Gesicht gesehen hat. Holy shit. So. Und weg ist er. Wir sind zu langsam. Wir gehen gleich weiter. Ich möchte ganz kurz nur schauen. Jetzt werden wir schon ausgelacht. Und wir werden schon gefragt, wohin wir kriegen. Ich möchte noch ganz kurz wieder umschauen. Nicht, dass irgendwo ein Geschichtsstein war. Den ich vielleicht übersehe oder übersehen habe. Wir sind dabei. Übrigens die Beulen ist natürlich nichts. Die ist jetzt definitiv ein bisschen raub gewandert. Sind aber glaube ich nicht gestorben vorhin. Also das ist vielleicht auch ein bisschen storybasierend. Also recht schriff ich nicht mehr. Bis dieser beim Kopf angelangt ist. Man muss ja meinen ganzen Oberarm einmal erreichen. Bis zur Schulter. Aber dann wird es wirklich gefährlich. So. Wir gehen weiter. Auf mit dir Senna. Wir schaffen das. Was. Sie tun schon. Sie kann eine schon richtig leid tun. Hat der. Doch. Das versprechen. Oh. Versprechen gegeben. Dass sie zurückkommen wird. Und als sie zurückgekommen ist. Das hat man ja gesehen. War er bereits. Tod. Und seine Seele wurde. und Heller geopfert. Boah. Schaut das cool aus. Da hinten schon wieder. Das ist schon wieder so mega cool. Bis zum ersten Mal. wie es eben dann dillian kam ein langersinnter lichtblick in ihren öden leben schaffen das ich habe kurz wieder schauen ob da nicht irgendwo ein geschichts stein war geschichts stein saß jetzt in dem brecher wort dabei will ich aber bei lois da um geht hier mal nicht danach aus oh da oben okay war gerade irgendwie die Ausnahme läuft noch war gerade irgendwie außerhalb des Spiels und da ist er schon wieder weg so man hat es gehört jemand hat schon wieder nach Senor gerufen wir wissen ganz genau wer das war so da hinten war eh kein Geschichtsstein Lorestone nö nur Vorsichtshalber so und aber was es hier gibt ist eine Höhle nämlich da hinten und in dieser Höhle so ist einmal ein bisschen auffälligeres Gesicht sein wird there will be times But you will feel alone and exhausted Like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean But have the faith to let go And let the tide carry you away Because the whole ocean is your home And it does not ask you to swim against it Let's go on the fluten treiben Let's go on the fluten treiben We don't have to go on We just let's go on But what we have to do is what we will do wollen wir auf keinen Fall, auch wenn uns diese dunkle bohrende Stimme, die ja glaube ich ein bisschen so die Angst vorm Versagen verkörpert, wenn man uns ein wenig dagegen spricht und bitte schaut euch das an, wow, alter Schwede, ist das geil. Es ist so, wie vorhin, Alter, wie vorhin die Stimme schon gesagt, es ist so ein üder Ort, aber mit ein bisschen mehr Licht schaut. Und der Welt war mit ihm, die Glow hat ihn gelegt, und für den ersten Mal in Jahren hat er sich ein Rennen von ihm gelegt. Da, unter den Palmen ist er. Vielen Dank.